so da sind wir wieder zurück mit dem kleinen malhör mit dem blöden fußgänger da in der letzten folge naja ok dann fahren wir heute mal wieder ein bisschen geworfen streckenplaner wir haben wir nicht fahren noch mal von strecke stellen ok das haben wir ja gemacht bus lackieren ok wir sollen den bus lackieren die bestehende strecke erweitern und die fahrer erweiterte strecke ok dann machen wir das auch gleich dann gehen wir jetzt erstmal den bus lackieren gehen das bus depot und fassen den bus an ok bus depot meine busse 130.000 krieg ich für das alles wenn ich das mache das wäre gut bearbeiten so was haben wir denn schönes werbung ok das kann alles noch nicht passieren warte mal um drei ja einer wer werft bitte ich will mal kurz was machen so bearbeiten so busfarben ja alles gut warte mal was wollen wir denn nehmen den schwarz sekundure busfarbe ach der will den so nehmen ok dann nehmen wir den so skins weil das ist gut da jetzt das geht noch nicht mal so schlecht aus hier ja den bereich standard geht alles nicht okay passt das nummernschild an okay dann machen wir das doch mal darf ja jetzt wahrscheinlich gibt es das eh schon das ding so bitte warten noch menschen ist angepasst so und alles und dann gibt ihm so dafür kriegen wir jetzt noch machen 130.000 so ich soll jetzt irgendwas erweitern angestellte streckenplaner streckenplaner da wollte ich hin so warte mal neue strecke erstellen so für unsere strecke erstellen fahre die neue strecke bestehe strecke erweitern das heißt ich werde die hier immer nehmen warte mal strecke bearbeiten das war der plan ist doch promenade abbrechen so dass wir haben kann ich jetzt hier irgendwie ja ich kann ich in eine schütte ich kann diese sorgen hier rein okay gut und doch das will ja aber das so gut für sich speichern und dann fahren wir die erweiterte strecke noch so gib ihm und hier fahren sie na dann let's go und hoffentlich heute ohne blitzer so mit unserem neuen bus fahren wir jetzt unsere erste strecke halt stehen bleiben sieht das noch gut abgesenkt ich brauche eine fahrkarte du brauchst eine fahrkarte du kriegst eine einzelfahrkarte für typ standard und du brauchst auch nur eine karte wunderbar du hast es sogar passen gegeben so sind alle drin alle drin wunderbar so dann fahren wir jetzt unsere erste tour an so hier kommen hast du die letzte folge oh das ist bitter wer mehr anfängt um welche dings zu spoilern man muss halt mal so ein bisschen auf die zwischengerechtspräche achten die so in dem bus passiert hallo halt mal die fresse ich will was ja auch sehen mein gott fang ich an hier welche serien zu spoilern so so will man jetzt so will jetzt um hier raus hier ist bei der tante aussteigen keine raus keine rein so weiter geht die reise ist ja die gleiche strecke glaube ich hier war als erstes gefahren sind nur mit einem mit einer neuen haltestelle ja ja du willst das raus okay da vorne ist die haltestelle und jetzt versuche ich mich ein bisschen an die geschwindigkeiten zu halten einmal tür auf so wir haben wir eine fahrkarte kaufen hallo alles schwarzfach oder was alles schwarzschwein 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 so hier war doch irgendwo der blitzer heute ist gefährlich kollege da war er noch glaube ich wenn ich bin scheiße ich bin ein bisschen auf die zeiten ich bin die leute sicher an bord müssen anhalten kommt dann rechts ein auto da kommt ein lkw okay und links frei so dann fahren wir die alte muffins zu beilern so hier aussteigen hier rum Ich bin ein bisschen zu nah bei die Deutschlandkarte gefahren. Das passiert manchmal. Ich stehe mir an. Ja, dann nimm die Spoiler-Tante, bitte. Du möchtest eine Fahrkarte. Einzelfahrkarte. Standard. Und 1. So, du hast Wechselgeld. Jo. So, du kriegst jetzt einmal zu viel letztes Mal gegeben. Alles klar. Letzte Haltestelle. Was ist denn der Dricks Blitzer? Also nicht, dass ich es drauf anlege, aber... Gut, da will jemand aussteigen. Das ist aber auch an der Anteilstelle kein Wunder. Gut, da will jemand aussteigen. Das ist aber auch an der Anteilstelle kein Wunder. Und das ist ja auch an der Anteilstelle. So, ich bin das. Nächster Halt. Andere Promenade. Endstation. Bitte alle aussteigen. so alle raus oh da kommt Daniel vielleicht hätte er es nicht gelernt hat normalerweise lässt man den Bus ziehen wenn der anfängt zu blinken so so anhalten und jetzt schön durchfahren vorsichtig da rein so und da war Licht aus Lichthäre aus Klimatitalismüll Alter Schmutzfink ja gut dann räume ich jetzt den Müll noch weg so wo hat er denn machen wir denn unseren Schmutzfink wo war der denn hier ist der Schmutzfink oh Kaffeebücher ist das eh nicht verboten ist auch eigentlich eh verboten super so Fahrradtür mal einsch kurz mal gucken Fahrradtür ja so ich glaub ich hab alles hab ich alles nicht dran ok Fernlicht aus wunderbar gut dann war das auch soweit Türchen ist zu wir können aussteigen hallo äh wo ich jetzt oh Gott warte mal ich muss gleich nochmal an die vorne an die an die so vor der Tür schließen und das war's naja so nicht so ganz und wie hab ich das Gefühl dass ich ein bisschen weit draußen stehe scheiße ich darf ihn einparken und ja 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 schließt die ist auf ok entsperren und die ist offen ok wir haben doch die Mutter gar nicht ausgemacht ich bin schlechter Busfahrer so gut ja kein Gang raus können gar nichts so bin ich jetzt drin so jetzt stehe ich aber drin so jetzt nehmen wir den Gang raus also stell das ganze Ding auf neutral und dann müssen wir den Motor ausmachen nur so ich frage es wo war das nochmal oh Gott haben wir die Anlage Rampe wurde aus ja so und jetzt haben wir es geschafft mein Gott was er nagt ich habe eine neue Farbe und einen neuen Bus freigeschaltet sehr schön gut Feierabend warte mal ich glaube ich habe noch was zu erledigen hm ok überspringen Statistik angestellte Busdepot ich habe eh was erledigt ich habe ja eh alles erledigt oder warte warte mal warte mal Multiplayer was war das denn noch Strickplaner Statistik Statistik war es nicht Strickplaner wo war das denn ach fangen wir weiter die Strecke zu Ziele durchschalten ach so ich muss sie doch mal fahren die Strecke na nicht jetzt Feierabend schreie schreie schreie